ich freue mich sehr dass sie da sind ich habe heute einen ganz speziellen gast hier im theater und es ist kein geringerer als unser kapitän und ich würde sagen herzlich willkommen zur nautisch technischen fragestunde und bringen sie mit ihnen mit einem großen applaus auf die bühne und sein kämpft und das ist immer eine besondere er wenn sie das sonnige pool deck so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020